moin leute was geht hier ist wieder euer geist heute in diesem video möchte ich euch den fernlenk ladung blitz zeigen auf der neuen map verlassener wo sich die zombies an der fernlenk ladung versammeln und euch komplett ignorieren und zwar braucht ihr hierfür leider einen freund das ist nicht solo und ihr braucht natürlich eine fernlenk ladung so wenn ihr dann alles habt dann zeige ich euch wie der glitch funktioniert als allererstes müsst ihr pecker punch aktivieren und leute drückt noch nicht den roten knopf besorgt euch erst die fernlenk ladung weil sonst klappt das ganze nicht mehr wenn ihr dann die fernlenk ladung habt dann geht dorthin wo sich die zombies dann versammeln sollen und euer kollege muss am roten knopf beim pecker punch raum sein das hier ist der rote knopf leute der befindet sich genau gegenüber vom teleporter hier an der ecke also ihr müsst jetzt eure fernlenk ladung rausholen und wenn ihr die fernlenk ladung raus geholt habt dann fahrt so ein paar meter so wie ich und sagt eurem kumpel dass er den knopf drücken soll wenn er dies dann macht dann kommt die cutscene und ihr seid noch in der fernlenk ladung diese cutscene könnt ihr natürlich überspringen und ihr landet danach automatisch hier im pack up an schrauben jedoch wenn ihr dann dorthin geht wo ihr die fernlenk ladung platziert habt wird sie noch dort stehen bleiben und die zombies werden sich dort versammeln jedoch leute versammeln sich nicht alle zombies hier die boss zombies die werden euch noch weiter angreifen aber alle normalen zombies werden sich hier versammeln wenn ihr aber zu weit weg geht von der fernlenk ladung zum beispiel wenn ich jetzt den teleporter nehmen würde irgendwo mich anders hin teleportiere und zu weit davon weg bin dann spawnen die zombies natürlich auch bei euch aber solange hier in der nähe seid werden die zombies alle zu fernlenk ladungen gehen diese fernlenk ladung könnt ihr auch kaputt machen also dann müsstet ihr das nochmal komplett neu machen also passt auf dass sie die fernlenk ladung nicht kaputt schießt und der boss zombie also die abscheulichkeit kann denn auch noch kaputt schießen ansonsten war es das mit dem video leute ich hoffe euch hat das video gefallen falls ja lasst doch ein like da schreibt mir die kommentare und für all diejenigen die noch kein abo bei mir haben können das an dieser stelle sehr gerne ändern ansonsten und bis zum nächsten mal